Musik Hallo, ich bin der Daniel Blauwock. Ich bejage hier in Träuchlingen im Altmühltal ein Gamsrevier. Das Revier und der Gamswildbestand liegt in Mittelfranken, grob zwischen Nürnberg und Augsburg. Wir haben hier hauptsächlich ein Waldrevier mit ca. 500 Hektar, davon sind 350 Hektar Waldfläche, mit dem die Wildarten Gamswild, Schwarzwild und Rehwild, die drei Wildarten, kommen vor. Zur Herkunft von dem Gamswild gibt es gegensätzliche Meinungen. Es wird erzählt, dass hier schon immer wieder Gamswild vorkommen ist. Einzelne Abwanderungen sind hier gesehen worden. Auf jeden Fall wurde hier Gamswild ausgesetzt und dann hat sich ein Bestand aufbauen können und halten können. Und dann wurde zwischenzeitlich nochmal Gamswild dazu gesetzt, um genetische Verarmung vorzubeugen. Gamswild-Gammer 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 Die Besonderheit vom Gamswild hier ist natürlich, es ist ein relativ abgeschotteter Bestand. Es findet wenig bis gar kein Austausch statt zu anderen Gamswildgebieten. Und es ist auffällig im Revier, dass immer wieder, vor allem bei den jungen Geißen, wie man hier beispielsweise sieht, bei der jungen Geiß hier, die enge Stellung der Gruppen. Und da sieht es besser, wenn die Gruppen etwas höher sind. Aber hier kann man schon erkennen, die enge Stellung und es lässt eventuell auch rückschließen auf genetische Verarmung, dass es da herkommt. Gamswild-Gammer Also zum eigentlichen Lebensraum hier, wir haben hier steile Altholzhänge zu 90% Duche, kaum Nadelholzanteil. In den Hängen hält sich das Ganze mit sehr gern auf, das sind sehr ruhige Hänge. Und was hier auch eine Besonderheit ist, sind die Steinbrüche, die teilweise stillgelegten, offengelassenen Steinbrüche. Da hält sich das Gamswild natürlich sehr gern auf. Was da sehr auffällig ist beispielsweise, dass die Geißen im Frühjahr nach dem Setzen von den Kitzen sich hauptsächlich in den Steinbrüchen aufhalten. Es ist ein weiterer Überblick, eine weite Sicht da und das stärkt einfach das Sicherheitsbedürfnis von den Geißen mit den frisch gesetzten Kitzen. Einen aktiven Steinbruch gibt es allerdings auch noch und selbst in dem hält sich das Gamswild sehr gern auf und nutzt die steilen Wände, teilweise sogar die großen Schotterhaufen zum Klettern und zum Ruhen. Die Gamswild hält sich überwiegend. Und im Wald auch nur in den Sommermonaten, also beispielsweise in der Milchreife vom Weizen, zieht es auch ins Feld runter. Das Gamswildvorkommen beläuft sich circa auf 40, 45 Stück insgesamt hier in der Gegend. Die Melodie halten sich, klar gibt es Abwanderungen und Schwankungen, aber circa 30 Stück Gamswild hält sich ja auch. Eine weitere Besonderheit hier im Meisterbürel 22 Revier ist, dass das Gamswild sich hier natürlich zwangsweise mit sehr viel Besucherverkehr, Mountainbiker, Wanderer, Jogger auseinandersetzen muss und deswegen ist das Gamswild sehr vertraut. Man kommt sehr nah an das Gamswild ran und das hat natürlich damit zu tun, dass sie sich auf die verschiedenen Störungen eingestellt haben und hier auch wenig Ausweichmöglichkeiten haben in ruhige Gebiete, weil überall Besucherverkehr ist und das ist eben die Besonderheit und das spielt natürlich auch einen Faktor in der Bejagung von dem Gamswild. Die Sichtbarkeit von dem Gamswild hier, die kommt uns natürlich zugute, weil so ein genaues und genaues Ansprechen möglich ist. Wir können das Gamswild gut bestätigen und dadurch auch selektiv entnehmen und dabei ist es ist natürlich auch wichtig, dass das Gamswild keine Verknüpfung zwischen Schusserlegung und Mensch herstellt, da das natürlich dann ein sehr großer Stressfaktor wäre, die ganzen Wanderer, Jogger, Mountainbiker etc. Deswegen versuchen wir da so störungsarm wie möglich zu jagen. Erlegt wird laut Abschussplan werden circa um die fünf Stück Gamswild jährlich. Bei der Bejagung von Gamswild achten wir darauf, dass wir fast ausschließlich in die Kitze beziehungsweise Jugendklasse eingreifen und die Mittelklasse fast komplett zum schonen. Also es sind wirklich einzelne Gams dabei, beispielsweise mit sehr enger Gruppenstellung oder schwach im Bildbrett oder krank. Aber ansonsten versuchen wir die Mittelklasse größtenteils zum schonen und den Abschuss eigentlich hauptsächlich in der Jugendklasse zu fertigen. Eine Erlegung in der Altersklasse, also ein wirklich reifer Gamsbock oder eine alte Gamsgeiß, die setzt die ganzen natürlich die Krone auf. Damit haben wir versucht eine passende Gams zum Erlegen und sind in der Früh gestartet und haben mehrmals Gamswild in Anblick gehabt. Es waren aber immer nicht passende Stücke beziehungsweise zu schonende Stücke, beispielsweise ein sehr starker Jährling ganz am Anfang, eine Geiß mit einem sehr starken Kitze und haben hier in der Nähe sogar noch einen Rudel gesehen mit einem Bock, der was am Brunften war und letztendlich hat es jetzt hier zum Schluss noch geklappt auf eine Jährlingsgeiß hier auf eine passende. Aintre Chao für eine jährheit �� Det wird brache Principation Garrett hilft 피 east happening jeder ist Musik Musik